heute kommen die restlichen videos so die letzten tagen keine ahnung auf jeden fall kommen die heute der rest auf jeden fall wenn es laden könnte könnte ich auch spielen aber unser wlan macht miesen so liebe ich unser wlan aber ich bin ja wie auch immer ab morgen bei meinem vater hat den gleichen anbieter bei ihm funktioniert es auf einmal tausendmal besser ich weiß nicht warum und ich war aber ich weiß nicht warum das wieder schlecht ist wie das mein vater bezahlt das gleiche woanders und sofort ist das wieder tausendmal besser ich habe in meinem zimmer 25 im bild das ist sehr wenig aber ist immer noch ertragsam wenn die 25 im bild mal da werden und ja mein vater hat 71 im witz ja bei ihm landet alles sofort wenn ihr muss irgendwie gefühlt alles nämlich noch mal neu gestartet werden das gleich probiert jetzt noch mal ja und noch so was dazu wenn ihr irgendwo eine wohnsiegelung lebt wo ihr nicht auf dem berg lebt dann holt euch nicht unity media mein vater wohnt auf dem berg und hat gutes wlan und hat unity media meine mutter wohnt auch nicht in einem berg und hat gar keine wlan aber auf einmal ladet es ich weiß nicht warum aber es ist mir auch scheißegal hauptsache es ist geladen wenn wir wissen was ich schon hier habe ich habe mir geht mir 7 und chinesisches handy ist auch eigentlich gut aber wenn man nach einer langen zeit ich bin dass sie nicht benutzt hat aber es trotzdem alles muss man im gefühl paar mal drauf drücken um dass ich wieder das display benutzen kann ja und jedes mal wenn ich das irgendwie an mache kommt anja kopfhörer ist nicht bedeckt ja das ist das einzige dumme an seinem handy mein vater auch so eins und da hat auch ein paar probleme damit aber keine technik der system probleme ja und die marke bringt mit gefüllt jeden monat zwei neue handys raus wir haben auch nichts zu tun ja wir machen auch boxen auch ja zahnbürsten elektroschirm robot staubsauger so jetzt haben wir ein anderes problem mit hat meine mutter auch kein wlan mehr jetzt auch kein wlan mehr deswegen gut wenn es jetzt nicht ladet dann muss ich ihm das wieder so beenden kann ich nichts für das ist immer noch unity media dran schuld weil unser nachbarn auch kein wlan weil meine mutter hat ja das wlan auch vom nachbarn bekommen und die kann sich damit auch nicht einloggen das heißt es hat auch keins beim nachbarn das heißt der nachbarn wahrscheinlich auch keins ja jetzt nichts geht muss ich eben dieses video so beenden muss die anderen videos muss ich die videos ja ich weiß noch nicht wie ich die urladen soll weil es ja nicht geht ich kann es ja mit unity wie viel sport noch probieren aber dann muss ich dafür in meiner mutters zimmer weil das am höchsten ist ja hoffentlich hat die folge gefallen ich kann ja nichts dafür dass du jetzt nichts ist ciao